Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Coding Challenge auf unserem Coding Challenge Interface, das ihr übrigens unter the-morphys.cc findet. Da gibt es sogar noch eine weitere Coding Challenge für euch, falls ihr mal Bock habt, noch ein bisschen was mehr zu üben. Und wo wir gerade bei üben sind, diese Coding Challenges sind natürlich wahnsinnig gute Vorbereitungen für das Studium. Ihr braucht Coding, ihr braucht aber auch algorithmisches Verständnis und Verständnis für solche Aufgaben. Und hier möchte ich ganz kurz an unseren Partner verweisen, beziehungsweise auf unseren Partner aufmerksam machen, nämlich die FHDW, die Fachhochschule der Wirtschaft. Hört sich jetzt irgendwie seltsam an, Fachhochschule der Wirtschaft, hä? Aber ihr könnt bei denen im dualen Studium Informatik studieren, und zwar Wirtschaftsinformatik, Cybersecurity oder sogar noch einige mehr. Bei einem dualen Studium ganz besonders, aber auch bei jedem anderen Studium, empfiehlt es sich aber durchaus, sich vorher wirklich sehr darüber zu informieren, ob das genau das ist, was man möchte, und ob auch ein Unternehmen, ein Partnerunternehmen zu einem passt. Denn ein duales Studium wird immer an der Hochschule und dem Unternehmen gleichzeitig quasi durchgeführt. Das ist so ein duales Ding. Ich habe darüber ja auch schon mal ein Video gemacht. So, und was ich euch empfehlen würde deswegen, ist der Campus Day. Der findet tatsächlich vor Ort statt, weil es einfach so unfassbar wichtig ist, dass man auch diesen persönlichen Kontakt hat. Und, ja, man kann da einfach vorbeikommen, also man muss sich natürlich vorher anmelden. Und zwar findet das Ganze am 19.02.20 von 10 bis 13 Uhr statt in Bergisch Gladbach. Dementsprechend würde ich euch empfehlen, euch da mal kurz drüber zu informieren. Und, ja, ihr findet alles, was ihr braucht, unten in der Beschreibung. Nun lasst uns aber mit unserer Coding-Challenge beginnen. Diese Challenge geht, also es ist eine einfache Challenge, wir haben sie extra jetzt mal unter Easy gepackt. Und es geht hierbei darum, dass man einen String so komprimiert, dass er möglichst, naja, ein bisschen zusammengepresster dargestellt wird. Denn wir haben jetzt in diesem Fall zum Beispiel einen String aus As, Bs, Cs oder irgendwelchen Buchstaben, die hintereinander auftreten. Aber diese Buchstaben kommen mehr als einmal vor. Häufig zumindest. Manchmal auch nicht. Und hier sehen wir, wie wir das Ganze machen sollen. Das heißt, wir sollen, falls zum Beispiel der Buchstabe A3 mal aufgeführt wird, sollen wir A3 daraus machen. Wird der Buchstabe C zweimal ausgeführt, soll eben zum Beispiel C2 dastehen. Und dann einfach alles hintereinander. Das heißt, AAA wird zu A3, B bleibt B und CC wird zu C2. Das heißt, doppelte Buchstaben gehen nicht mehr, einzelne Buchstaben hingegen schon. Denn B1 wäre mehr Zeichen als das Originale und deswegen lässt man diese 1 einfach weg. So, wir haben hier unten auch einige Beispiele. Das heißt, wir haben hier sowas wie 1, A, 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 B, C, C. Das bedeutet erstmal, ein String wartet auf uns und wir haben dann diesen String und den sollen wir bitte komprimiert wieder ausgeben. Wir haben natürlich auch noch andere Beispiele, zum Beispiel zwei Strings und dann fangen wir hier mit Q an. Also es muss nicht immer mit A anfangen, aber wir können auch mit B anfangen und dann irgendwelche nicht-alphabetisch geordnete Buchstaben am Ende haben. So, wir wollen das Ganze lösen und zwar in unserem Fall in Python, aber das Tolle am Coding Challenge Interface ist, ihr könnt hier eure Sprache der Wahl auswählen. Wir haben hier wirklich einen Support für mittlerweile echt ordentlich viele Sprachen und schaut euch deswegen auch gerne die Einführungs-Challenges an, falls ihr mit einer Sprache nicht ganz zurechtkommt. In Python ist das relativ einfach, denn unter Input bekommen wir direkt diese Eingaben hier gelesen. Das bedeutet, wenn wir hier ein Input durchführen, dann bekommen wir als allererstes mal hier diese erste Zahl. Das ist unser erster Input, ja, das ist das erste, was man eingibt sozusagen und in diesem Fall ist es eben diese zwei. Das heißt, wir wissen, okay, wir warten jetzt sozusagen auf zwei Strings, die wir dann verwerten sollen. Dementsprechend, das ist auf jeden Fall eine Zahl, ansonsten ist die Challenge nicht gültig. Wandeln wir das mal in eine Zahl um und was wollen wir denn damit machen? Das ist natürlich die Anzahl an Challenges, das heißt, wir sagen hier Test Cases oder Cases einfach ist gleich int von Input. Okay, so, was wollen wir jetzt mit diesen Inputs oder was wollen wir jetzt mit diesen Cases machen? Naja, wir wollen etwas für jeden Case machen, das heißt, wir schreiben hier einfach mal eine Vorschleife in Range von Cases. So, und wir machen weiter. Was wollen wir denn mit jedem String machen? Naja, wir wollen ihn eben komprimieren und dann wieder ausgeben. Ausgeben könnt ihr das Ganze mit Print Out. Jetzt müssen wir natürlich noch einfach hier diese Cases zusammenbauen uns und dazu setzen wir am Anfang mal unseren String auf nichts. Jetzt würden wir aktuell immer einfach einen leeren String ausgeben. Das heißt, wir bekommen zwei Strings, das wäre das da und das da und für jeden davon würden wir einfach nichts ausgeben. Das ist natürlich falsch. Dementsprechend gehen wir hierher und überlegen uns mal, wie wir das jetzt machen. Wir müssen natürlich als erstes mal den String einlesen. Das machen wir mit 4s in Input, beziehungsweise, was heißt mit 4s in Input? Damit meine ich natürlich, wir wollen den nächsten Buchstaben einlesen in diesem Fall. Und wenn wir diesen Buchstaben eingelesen haben, dann müssen wir natürlich gucken, okay, hatten wir den schon oder hatten wir den noch nicht? Das heißt, wir müssen uns irgendwie speichern, was wir hier schon als Buchstaben gesehen hatten und was vielleicht neu ist. Sprich, ein Char, den wir quasi gerade haben, der ist am Anfang natürlich auch nichts und wir müssen zählen, wie oft wir den haben. Das heißt, wir haben hier einen Counter, den setzen wir am Anfang auf, mein Numpad ist deaktiviert, auf 0. So, und wenn wir jetzt hier einen neuen Buchstaben einlesen, dann wollen wir hier natürlich uns angucken, ist das genau unser Character? Also, ifs gleich gleich char, ups, char. Falls das so ist, dann wollen wir natürlich den Counter vergrößern und zwar um exakt 1. Denn wir haben ja einen neuen Buchstaben eingelesen. Okay, super. Was wir aber auch machen ist, wenn wir was anderes finden, also sprich, einen neuen Buchstaben, was machen wir dann? Naja, dann müssen wir den Buchstaben von davor irgendwie verarbeiten. Sprich, wir sagen hier, wenn wir schon einen Buchstaben davon hatten, also wenn wir irgendwas hatten, wenn Counter eben zum Beispiel größer ist als 0, sprich, ifCounter, dann wollen wir was machen? Wir wollen an unseren Output-String was dranhängen. Anhängen, also an unser Out, kommt, jetzt war es dran, naja, also wir schreiben erstmal Out plus gleich. Hier wollen wir jetzt das dranhängen, was wir hier schon gefunden haben. Sprich, wir haben ja hier zum Beispiel den Buchstaben C gefunden. Also, wir gehen hier durch und unser erster Buchstabe, den wir finden, ist unser C. Davor hatten wir gar nichts, das heißt, dieser Fall würde gar nicht eintreten. Nehmen wir jetzt einfach mal an, wir hatten dieses C gefunden und wir wollen jetzt, oder wir haben jetzt gerade das Q eingelesen. Sprich, unser Character ist aktuell gleich C und wir haben es genau einmal gehabt und wir wollen jetzt, dass das hier dran angepackt wird. Okay, also was wir machen ist, wir müssen natürlich nur, falls unser Buchstabe mehr als einmal drin war, also zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, wie oft auch immer, nur dann müssen wir die Zahl hintendran ausgeben. Ihr erinnert euch, wenn es nur ein Buchstabe ist, bei dem B hier oben, dann darf keine Zahl hintendran kommen. Also, was wir machen ist, wir schreiben uns den Buchstaben C, den wir ja schon gesehen haben, und wir wollen die Zahl hintendran haben, aber nur, falls diese Zahl mehr als einmal vorhanden ist. Das heißt, was wir jetzt hier machen, ist folgendes, ein kleiner Trick, ja, wenn wir hier unseren Counter als String ausgeben, das schreibe ich schon mal ganz kurz hin, wenn wir unseren Counter ausgeben, dann kriegen wir das ja immer, ja, das heißt, wir würden hier zum Beispiel in unserem C-Fall würden wir C1 ausgeben, das sollen wir hier aber nicht tun. In unserem Fall Q würden wir aber zum Beispiel Q3 ausgeben, also den Char, das Q zum Beispiel, und dann den String von 3, was 3 wäre. Das wäre also richtig hier. Aber den Fall mit nur einem hier müssen wir noch irgendwie separat behandeln, und was wir hier machen, ist ein kleiner Trick. Denn in Python kann man einfach angeben, ja gut, wenn das jetzt aber hier, nur ausgeben bitte, wenn die Zahl größer ist als 1 in unserem Fall jetzt, aber man kann es natürlich auch anders schreiben. Man kann das natürlich auch mit einem If machen, ja, ihr könnt da durch Ifen, aber mir gefällt die Schreibweise eigentlich ganz gut, indem wir hier einfach sagen, mal Counter größer 1. Das hier wird euch ein True oder False ergeben, nämlich Counter größer 1. Ist das Ding auch wirklich Größe 1 in unserem Fall? Nein, ist es nicht. Dementsprechend geben wir hier diese Zahl gar nicht aus. Der Char hingegen wird auf jeden Fall ausgegeben. Das heißt, wir multiplizieren das hier mit True oder False, und dementsprechend wird das überhaupt erst ausgegeben oder auch nicht ausgegeben. Und diesen Trick, der spart uns hier in unserem Fall 3-Zeilen-Code zum Beispiel. Es geht hier nicht darum, dass man das irgendwie in wenig Code reinpackt, das kann man auch in mehr machen, aber die Schreibweise ist auf jeden Fall sehr, sehr komprimiert und irgendwie ziemlich sexy, finde ich. So, für den Fall, dass wir hier keinen Counter hatten, also ohne eine Zahl zu haben, also wenn wir hier bei 0 sind, dann hatten wir hier oben auch wahrscheinlich keinen Buchstaben. Das ist nämlich unser Startfall. Den müssen wir auch noch abfangen. Dann setzen wir einfach unseren Counter jetzt auf 1, denn wir haben jetzt einen neuen Buchstaben. Und, naja, wenn wir halt einen neuen Buchstaben jetzt haben, setzen wir auch unseren Counter wieder auf 1. Deswegen brauche ich hier kein else. Wir wollen ja am Anfang immer mit 1 anfangen zu zählen. Und unseren Buchstaben, den setzen wir selbstverständlich auf unseren Buchstaben S, den wir hier gerade in unserem Input eingelesen haben. Super. Und ja, jetzt sind wir soweit eigentlich durch. Das heißt, was hier passiert, ist folgendes. Wenn wir keinen Buchstaben haben, also ganz am Anfang, dann haben wir hier offensichtlich den ersten Buchstaben eingelesen. Okay, das ist das C. Wir springen also hier in den else-File, weil wir hatten den noch nicht, weil Buchstaben ist ja leer, dann gucken wir hier nach, ist denn Counter gesetzt? Nee, Counter ist bei 0. Und setzen unseren Counter auf 1 und unseren Buchstaben auf den Buchstaben, den wir gerade eingelesen haben. Super. Wenn wir jetzt das Q haben, dann wissen wir, okay, wir haben gerade unser C schon gehabt. Das heißt, unser Buchstabe ist C, unser Counter ist 1. Das heißt, wir springen hier wieder in den else-File, weil unser Q ist natürlich was anderes wie unser C. Also sagen wir hier, ja, wir haben jetzt diesmal einen Buchstaben und sagen hier, okay, in unseren Out, in unserem Ergebnis-String, hängen wir unseren Buchstaben C hinten dran und den Counter nur, falls er größer ist als 1, was er in dem Fall nicht ist, weil wir nur ein C haben. So, dann kommt wieder ein Q dran. Also das Q wird dann als Buchstabe gesetzt und der Counter wird auf 1 gesetzt. Dann kommt aber wieder ein Q und in dem Fall landen wir in dem If-Statement hier und erhöhen unseren Counter um 1, weil wir einfach nur ein Buchstaben mehr haben. Das machen wir nochmal. Dann haben wir hier einen Buchstaben Q und drei Qs und dann lesen wir das G ein. Sprich, was jetzt passiert ist, wir sehen hier, ah, okay, wir haben Counter 3, das heißt das If-Wir-True und in unserem Ergebnis-String hängen wir den Buchstaben Q dran und den String von Counter, also drei, mal haben wir denn mehr als einen Counter und in unserem Fall haben wir drei als Counter, das heißt, ja, in unserem Fall wird der String des Counters hinten dran gehängt und deswegen steht dann im Ergebnis-String Q3. So, das heißt, was wir jetzt hier haben, ist alles wunderbar. Jetzt müssen wir hier nur noch eine Sache machen und den letzten Buchstaben hierbei noch behandeln. Denn wenn wir hier unten fertig sind, wenn wir alle Strings eingelesen haben, dann sind wir hier bei dem I und naja, hier müssen wir halt leider auch noch irgendwas machen. Also sofern wir denn überhaupt einen Buchstaben jemals eingelesen haben. Es kann natürlich auch ein Lehrer-String eingelesen werden, das wäre auch eine gültige Eingabe. Sprich, was wir hier machen, ist im Endeffekt noch mal genau das, was wir hier gemacht haben. Wenn wir Buchstaben eingelesen haben, dann hängen die doch bitte hinten dran. Und ja, das setzen wir hier hin. Muss ich nur mal ganz kurz das hier anpacken und genau, das sollte soweit passen. Sollte für uns kein Problem sein und anschließend printen wir unser Out. Und das machen wir natürlich für jeden der Strings. So, perfekt. Und ja, jetzt testen wir einfach mal in unseren Beispielen und wir sehen hier, die sind alle tatsächlich korrekt. Korrekt, korrekt, korrekt. Und wir sehen hier, dass die tatsächlich gar nicht mal so klein sind. Also wenn wir uns die Beispiele mal angucken, sieht das eigentlich ganz gut aus. Wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass wir hier das Ganze richtig eingetippt haben, einimplementiert haben, submitten das Ganze und wir sehen hier volle Punktzahl und dementsprechend würde ich mal behaupten, haben wir diese Challenge erfolgreich gelöst. Super, ich hoffe, die hat euch soweit Spaß gemacht. Probiert sie gerne mal selber aus und probiert auch gerne mal eine andere Sprache aus, denn jede Sprache verhält sich ein kleines bisschen anders bei den Challenges. Und übrigens, ihr könnt sehen im Leaderboard, wer welche Sprache benutzt hat. Und das ist auch, glaube ich, eine coole Sache hierbei. Also natürlich erst, nachdem die Challenge dann wirklich geschlossen wurde, denn ansonsten könntet ihr ja abschreiben. Das wäre ja fies. So, ja, und dementsprechend wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Probiert auch gerne die Mittel-Challenge aus und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Aber ihr solltet definitiv davor nochmal beim Campus Day vorbeigucken, um das nochmal ganz kurz zu erwähnen, von der FHDW. Alles klar, dann bis bald und ja, viel Spaß.